31-tägige Andacht für die ärmste Priesterseele im Fegefeuer. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, Deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, Deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, Deine so sehr geliebten Braut. O Jesus, ich verberge die ärmste Priesterseele des Fegefeuers in die Wunde Deines linken Fußes. O Maria, Schmerzensmutter, ich stelle mich unter Deinen Schutz. Durch Deine... Röre ich nun dem ewigen Vater 33 Mal das kostbare Blut Jesu auf für die ärmste Priesterseele und Verlassenste des Fegefeuers, die am meisten leidet und für die niemand betet. Bitte und flehe mit der ärmsten Priesterseele für mich, zu Gott, damit mir bald Hilfe in meinem jetzigen Anliegen. Anliegen kann man jetzt nennen. Gewährt werden. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere Dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und Du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele, unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele, Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele, unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele, unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele, unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele, Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb und zu allen deinen Segen gib.